Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mie-Nachrichten war der 28. Mai 2023. Heute feiert Lengol Geburtstag. Sie wird stolze 33 Jahre alt. Wir übertragen jetzt Live-Szenen von der Geburtstagsfeier im Island-Hotel. La, 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 la Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Alles Gute zum Geburtstag. Wir freuen uns, dass du geboren wurdest. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Kit Hunter. Der 28. Mai war das Sendedatum dieser Mediennachrichten. Hey, mein Fynn.